Hallo! Sima, was erzählst du denn da? Schon wieder bla bla bla? Nein, mir fiel ein Apfel auf den Kopf und der machte im Gehirn klopf, klopf, klopf. Ich erinnerte mich an alte Zeiten, wo im Gehirn ganz vorn viele Formeln weilten. Die waren lange Zeit weit hinten und nunmehr kann ich sie wieder vorne finden. Die will ich gerade ungestört erklären. Willst du mir das verwehren? Du brauchst darüber kein Wort verlieren. Schau nur, es steht alles in folgenden Papieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017